Wir sind jetzt nach Höfen gefahren zum nächsten Supermarkt. In Höfen, bekannt für Fisch und wir gehen jetzt einfach mal essen, weil wir nicht mehr können. Man wäre so froh, dass es wieder Restaurants gibt, wo man hingehen kann zum Essen. Wir sind jetzt in Höfen. Wo ist das Wasser? Das ist jetzt das berühmte Bier, das wird nämlich aus dem tausend Jahre alten Wasser des Gletschers gebaut. Wir sind jetzt in Höfen. 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 Wir sind hier eine- So, wir wollen jetzt noch in den Höfen essen und wir sind alle satt, super leckere Langustinen. Und jetzt haben wir am Hafen noch ein bisschen geguckt. Ich glaube, viel mehr gibt es noch nicht zu sehen. Die Wirkung wird nicht zu sehen. Bis zum nächsten Mal.